hallo zusammen wir begrüßen euch für einen weiteren podcast von thomas und heim hallo zusammen heute ist ein wirklich ganz spezieller tag für uns und ihr werdet im verlauf dieses podcasts erfahren warum zuerst wollen wir euch ein wenig etwas über die produktions und cd geschichte von thomas 1 erzählen angefangen hat es mit dieser cd 1 music for you innocence was ja dabei in den sinn dabei kommen in den sinn dass er das eigentlich ausschlaggebend war diese cds für weitere cds die wir heute noch vorstellen mit dem hat eigentlich alles angefangen und hat uns impulse gegeben für weitere cds und diese cd kommt wir uns weiterentwickeln finde ich auch ein ganz tolles cd war natürlich ein startpunkt und ist uns sehr sehr einfach gelungen die kompositionen wie eigentlich fast alle songs die zu uns so kommen die nächste cd war dann thomas heinz vor live eine cd wo es sehr viele natürlich schöne songs drei fahrt aber auch schöne bilder drei fahrt aus dem von blumen aus dem garten meiner mutter bin ich selber im garten rumgerannt und habe die blumen fotografiert und haben wir dann diese schöne book mit gemacht was kommt ihr noch zu dieser cd in sinn vor live ja vielleicht ist ein bisschen auch rosen goldene schnitt die harmonie die perfektion in geometrie und ein gutes sinnbild für uns für die musik für die liebe und für das leben und wir haben viele feedbacks wirklich erhalten dass diese cd ganz ganz viel kraft gibt unseren zuhören ja nach vor live kam dann 1 die dritte cd auch thomas heitz natürlich ein gut morning und dem good morning diese cd good morning ist ein querschnitt von ruhigen lieder die wir haben also auch neue kompositionen sind drauf und ein ganz besonderes lied ist drauf das letzte lied my beloved tabla da kann der thomas noch was dazu erzählen jetzt my beloved tabla ist eher kein ruhiges lied sondern ein funky pop song und zwar haben wir auf diese diesem diesem song haben wir tabla gespielt das sind diese indischen trommeln die habe ich schon immer geliebt und wir überhaupt haben wir eins und ich wir lieben es so oder so überall drei zu spielen zu schauen wie es tönt und eben auf diesem song my beloved tabla habe ich dann auch noch ein wenig tabla gespielt und ja aber auch trompete und vieles vieles mehr ihr werdet es hören und jetzt kommen wir zum grund warum heute ein besonderer tag ist heute morgen tatsächlich haben wir die ersten kopien bekommen unsere allerneuesten cd open spirit eine cd die insofern ganz speziell ist weil es die cd basiert auf einem instrument und das instrument heißt hang ist dieses instrument hier ist ein instrument was in der schweiz entwickelt wurde erfunden wurde in bern und das heißt hang weil es mit der hand gespielt wird und hang auf schweizer deutsch heißt hang im hintergrund hört ihr einen teil von dieser cd was dabei herausgekommen ist ist natürlich eine schöne audio cd und auch noch wie bei den anderen cds übrigens auch ein wunderschönes booklet mit vielen hintergrundinformationen und fotos was was fällt ihr zu dem ein 1 18 jahre gegangen allgemein aus dem bucket ist zu sagen dass das booklet englischen deutsch ist das ist auch besonders also für unsere englischen fans sie werden nach bis zum wasser fahren wie wir uns was ganz besonders ist finde ich die länge der songs wir haben wirklich lange songs also sind über 60 minuten musik und es sind nur sieben stücke oder acht also im schnitt sind das irgendwie zwischen sieben und zehn minuten pro stück ja es ist eine total inspirierte musik die völlig offen ist mit mit dem wie sie sich wie sich die klänge weiterentwickeln ja soviel zu dieser cd alle cd sind direkt bei uns erhältlich wenn ihr sie bei uns bestellt dann signieren sie wir sie natürlich sehr gerne für euch aber sie sind natürlich auch im handel erhältlich was auch noch spezielle steins was passiert um 22 dezember und diese erlösen datum da gibt es zwei sachen die sonnenwende okay das heißt das heißt das beispiel auch die mayas die feinden denn die wendezeit von sommer auf winter also astronomisch gesehen für sie natürlich nicht nach diesen astronomischen datum nach unserem astrologen genau also bei uns in der schweiz heißt das soviel ich weiß dass das dann der kürzeste tag im jahr ist und dann freuen wir uns schon wieder darauf dass die länge länger werden also kurz vor weihnachten was machen wir dort ein wunderschönes konzert ein mix tool von allen songs also die natürlich in der zeit passen und besonders schwergewichtig auf die neue zähne genau eine zähne teil für ein schönes konzert im skala theater basel ein wunderschönes theater und ja wir freuen uns darauf dass ihr euch an unsere musik freut ja und euch viele von euch zu sehen am konzert von thomas heinz alle herzlich willkommen da mit uns diese wunderschöne zeit zu genießen könnt uns auch jederzeit logischerweise auf facebook suchen thomas heinz world music dann werdet ihr uns finden und dort mit uns in kontakt treten oder auch auf youtube auf unserem channel thomas heinz info ja genau ja was wollen wir noch sagen ja viel spaß und wir freuen uns natürlich euch zu sehen am 22 dezember dieses jahres 2012 genau tschau tschüss zusammen